Warum können die schneller laufen als ich? Das ist doch doof. Das spielen die auf Geschwindigkeit 3. Wenn möglich. Okay, Nougat ist schon ziemlich kriegsmüde. 98. Ich brauch doch nur 99. Da muss ja auch alles eingenommen werden. So, Moment. An dieser Stelle muss ich mal einmal kurz gucken. Äh, willst du sie abspielen? Du hast ja eh schon eine Q gestellt. Äh, ja, ich weiß. Wobei es eigentlich dann falsch ist. Du musst eigentlich God Save the King spielen und nicht The Queen, ja? Weil wir haben einen König. Ja, spielt er schon? Ich weiß nicht. Ah, da geht's los. Moment, ich muss hier irgendwie wieder öffnen. So, da ist es. Großbritannien, neben England. Ja, macht ja nichts. Sehr schön. Tödi Christian II. von Wittelsbach. Der großbritannische Herrscher der ganzen Welt außer Russland. Der großbritannische Herrscher der ganzen Welt außer Russland. Punkt.de. Sehr schön. Das ist doch klasse. Haben wir das schon mal geschafft? Jetzt muss ich auch eben es hinkriegen, dass ich wieder Gewinn mache. Dazu muss ich ein paar Karten dründen. Zum Beispiel mal wieder die Highlands, die ich schon so schön gekorrt hatte. Ähm, naja. Hilft ja nicht. Muss ich normal machen. Highlands, alles koren. So, eine kann ich davon schon wieder nicht mehr koren. Gut. Machen wir weiter. Ich werde jetzt noch mal relativ lange, relativ viel Verlust machen erstmal. Aber hilft ja nicht. Ich habe Eroberung, Kriegsrund gegen Großbritannien. Ha, sehr gut. So, die Mission erfülle ich gerade mal noch nicht, weil was bringt mir gerade ein neuer Anführer? Der ist mir sowieso zu viel. Ähm, warum ist hier die Übersicht nicht mehr da? Irgendwas? Hm. Okay. Jetzt noch verloren. Wir haben deutlich weniger schon mal verloren. Das ist schon mal gut. So, aber wir müssen natürlich euch jetzt gleich auch nochmal ein bisschen zufriedenstellen. Das ist klar. Sehr gut. Sehr gut. Ich habe Bachteppichbelagerungen. Moment, ich muss mal kurz die ganzen Dinger, die ich belagert habe, wegdrucken. Das wird langsam mit Überhand. Hat das besetzt? Hat dies besetzt? Hat dort besetzt? Und so weiter und so fort. Ja, ich kann das mal nutzen, um meine Stände wieder ein bisschen mehr... Wir nutzen diese Verzögerung. So, Bürger. Ist das da hier gerade? Ja. Bürger. Also, nochmal einmal kurz zum Überprüfen. Bürger. Ein Hamburger. Mhm. Moment, wo stand denn das jetzt hier? Hier stand irgendwo, wo man wen hinschicken soll. Das will ich mal eben kurz mir angucken. Warte mal, mach mal jetzt kurz Pause. Das muss ich mal eben jetzt, bevor ich hier zu viel Geld verliere. Äh, also. Den Klerus brauchen wir nicht. Die sind gut. Wo stand das denn jetzt? Ich finde es nicht mehr. Das geht doch nicht. Ja, komm, wir geben erstmal den Bürgern relativ viel. Ich glaube, das ist ganz sinnvoll. Ich glaube, das bringt uns hier relativ viel. Bürger. Ja, Bürger. Dies erhöht ihre Loyalität. Wir müssen hier mal ein bisschen was hochstellen. So. Muss ich jetzt erstmal reichen. Ich verdiene jetzt natürlich gerade wieder mehr, weil ich vorhin diese Schlacht gefeiert habe, aber jetzt erstmal unseren Armeeunterhalt runterdrehen. Damit ist das schon mal nicht mehr ganz so wild. Das Garnland würde ich natürlich auch gerne wieder machen. Aber müsste man halt auch komplett koren. Also wir müssen jetzt erstmal wieder ganz viel nachkoren. Das ist so. Was wir vorhin alles schon hatten. Und jetzt dadurch, dass ich es wegnehmen musste, haben wir halt sehr, sehr viele Punkte da verloren. Ja, aber ich glaube, das war es wert. Und ich wollte endlich mal Großbritannien sein. Vor allen Dingen, bevor ich jetzt hier Schweden integriert habe, weil dann bin ich noch länger da quasi beschäftigt. Ich will den Litauen von mir. Das ist natürlich auch demnächst mal hier. Ja, das ist natürlich auch eine geile Mission, ne? Hm. Kriegen wir das hin? Ah, mit Argon halt ist auch noch scheiße. Wie viel hat denn Kastilien eigentlich? Und von Usbek ist ja nicht eigentlich eigentlich... Gar nicht so viel. Das überrascht mich sogar ein bisschen, aber Argon hat halt viel. 50.000 haben die zusammen. Wie viele Truppen darf ich jetzt eigentlich haben? Nicht so viele, wie ich habe. Liegt daran, dass ich ein paar Staaten, äh... Nicht mehr habe. Wie läuft es denn da im Krieg? Udo, du wirst belagert. Ja, gleich nicht mehr. Russland ist gewachsen, trotzdem ist er noch belagert. Ja, wegen... Weil der eigentliche Partner ist ja... Kriegspartner ist Nogai. So, so. Ich habe auch von Usbekistan nur zwei Staaten genommen, weil... Der Hauptziel war Nogai. Und Usbekistan wird sowieso irgendwann kaputt gehen. Da brauche ich gar nichts machen. Die machen sich ja leid, ne? Kaputt. Ja, das stimmt. Ich glaube, wir können auf drei tun. Jetzt hätte ich natürlich den Fokus lieber da, aber das hilft natürlich jetzt nicht. Das ist mir scheißegal bei Österreichern. Oh, ich habe aber einige Schiffe zu viel hier gerade. Das ist alles, weil ich diese Staaten nicht so habe. Aber es wird sich eh gleich nochmal alles ändern, sobald Schweden integriert ist. Hebriden. So. Was brauchen wir hier? Zweite. Produktions... Grundproduktion. Gut. Ist mein Handelshaupthafen jetzt eigentlich auch hier? Ja. Ist ja gut. Wo sind denn meine Händler? Der läutet jetzt noch hier was hin. Das halte ich für... ...eigentlich Quatsch. Können wir besser dafür sorgen, dass er hier noch mehr rüber lädt, ne? Russland ist gewachsen. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Da ist ja auch noch jemand. Aber leider steigt die Korruption des... Aber leider steigt die Korruption des... gut, gut. Großbritannien. Das Rot von Großbritannien ist doch deutlich aggressiver als das von England oder Dänemark, ne? So ein richtiges Blutrot. Das heißt ja auch Großbritannien. So. 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 Komm, woher nicht? Ein Schriftzug von Russland gefällt mir halt besser, muss ich sagen. Das... Die finanziellen Mittel von Russland gefallen sind dir bestimmt nicht besser. Wieso? Was hast du denn für 400 Meter gerade? Minus 94, meine ich. Weil die Korruption bekämpfen muss, bis alles gekohrt ist. Ja, du kannst auch die Korruption ein bisschen fallen lassen, bevor du da so viel reinsteckst. Also steigen, quasi. Das ist jetzt nicht so wild, wenn man sie danach wieder in den Griff bekommt. Minus 96 würde ich nicht machen. Da bist du ja sofort ein Darlehen nach dem anderen am Farben. Das ist richtig. So, morgens keine Brücken mehr. Also hier und da eine, das soll ja wo rein. Ich kriege gleich eine Katastrophe. Nicht Schweden. Jetzt, um genau zu sein. Ich bin aber jetzt zwei Stabilen. Ich finde das gut. Vorher stand da immer, äh, Dänisch-Britannien, ne? Und jetzt haben wir Britisch-Skandinavien. Genau andersrum. Äh, wir machen... Ach, warum ist denn jetzt da keine Festung? Ja, auch ein Witz. Aber hier brauchen wir keine. Dann ist das alles okay soweit. Wir machen natürlich eben das Ein-Motten. Können mal wieder neue Staaten gründen. Leider habe ich kein Geld dafür. Äh, beziehungsweise keine Admin-Punkte dafür. Wird das noch nicht so viel? Und jetzt muss ich mal einmal kurz gucken, wie stark ich über Truppen und Schiffs damit bin. Deutlich. Alles klar. Wie viele Schiffe muss ich denn loswerden? 17. Weiß ich mir schon mal die hier ab. Die 14. Ich habe auch noch mal drei Staaten gemacht. So viel Admin-Punkte hast du. Da bin ich ja ein bisschen neidisch. Jetzt... Ja, jetzt nicht mehr. Drei waren richtig noch, ne? Ne, zwei sogar noch. Dann füllen wir mal zwei Galieren, weil so oft kämpfen wir ja gar nicht mehr in der Ostsee. Da ist da vorher noch ein paar mehr vor den Firmen, ne? Die da gleich der Hand nicht verhalten sollen, wahrscheinlich. Und dann muss ich noch neun Einheiten loswerden. Dann nehmen wir nicht die, die hier so geil trainiert sind. Hab ich eigentlich inzwischen mal was gemacht? Ne. Ups. So. Und dann muss ich jetzt nur noch ein paar Sachen loswerden und dann kann es weitergehen. Soll ich jetzt lieber die hier auflösen oder die da unten? Tja, das weiß ich natürlich nicht. Neun musste ich loswerden, ja. Dann können wir zwei hier lassen erst mal. Zack. Und schon macht das große Großbritannien einen Gewinn von 0,35. Aber immerhin. Guck, ob das nächste Modell auch noch so ist. Kann sein, dass weniger ist, weil wir als Schweden jetzt keine Steuernahme mehr kriegen. Und die die Staaten selber noch nicht eingenommen haben. Übrigens hat, äh. So ist es auch. Ja. Bei Brandenburg ein Handelsembargo gegen mich, äh. Die sind sowieso aber, äh, in der PU mit Österreich als Juniorpartner. Von da ist das eh nichts, was dir jetzt so Kopfzerbrechen bereiten kann, eigentlich. Können die Rebellen jetzt mal gucken? Das frage ich mich auch häufig. Oder wünsche ich mir auch häufig. Ja, würde, würde helfen. Da sind die nämlich weg. Ja, ja, ich weiß. Und dann hast du immer die Steuern hoch, weil du denkst, du musst jetzt vielleicht bekämpfen. Ja, genau. Und dann kommen sie nicht. Das ist immer sehr nervig. Unser Befehlshaber ist tot. Traurig. Waffenstillstand mit den Niederlanden beendet. Ich wusste gar nicht, dass ich einen hatte. Oh, ich krieg für, für, für zwei Jahre krieg ich Koloniewax zum Plus 25 Prozent. Das ist doch schön. Hier nicht. Und Diplotec 9. Russland schreitet voran. Ganz. Ja, ich habe Diplotec 12. Das ist übrigens mit Abstand der Tech, wo ich am weitesten hinten bin. Und da habe ich die Krise. Interne Konflikte. Oh, Herold aus Russland. Sie berichten von dem Ereignis interne Konflikte. Seit 1563 hat Russland fast ein Jahrzehnt des totalen Chaos hinter sich. Ja, bei Zauber als Anführer. Welches das Land langsam von innen zerbröseln lässt und es an den Rand des Zusammenbruchs bringt. Unsere Nation kämpft im gesellschaftlichen als auch im wirtschaftlichen Bereich. Den Hungersnöte und Kriege plagen uns. Was? Ach denn. Das ist so klein alles. Und die wachsende Opposition gegen Aristokratie und Kirche hat zu einer Reihe von Aufständen und Attentaten auf den Monarchen geführt. Ach. Schieb gleich dein Monarch. Oder was ist da los? Ich lebe noch. Ich lebe noch. 1,2,6. Oh, besser hier. Ja, verliert du Karten. Kein Problem. Auch nicht schlecht. Er hat da den Verlänger, das ist auch kein Problem. Das ist eigentlich das Spannende, das ist das hier. Aber das müssen wir noch ein bisschen in die Länge ziehen. Währenddessen kore ich fleißig weiter Gebiete, die mir schon lange mal gehört haben. Das ist doch jetzt hier weniger geworden, oder? Warte, ich muss noch einmal hier nachgucken. Währenddessen schieße ich auf Bauern. Mir missfehlt das hier. 3,1. Nämlich viel besser. Hä? Gut. Hier ist das... Ach nee, Zarg schöpft ja hier ab, glaube ich. Oldenburg hat mich beleidigt. Frechheit. Wer hat dich belagert? Bleidigt, nicht belagert. Ach so. Oldenburg hat mich belagert. Ich muss ja wieder ein Darlehen aufnehmen. Ja, ich habe schon ein paar. Ich habe schon ein paar. Meine Kolonie ist gleich fertig. Das ist doch schön. Das ist doch noch ein paar Mal. Wie wär's denn gleich nochmal jetzt mit einem Krieg gegen Polen, weil da macht Litauen nicht mit? Dann kann er ja alleine machen, ne? Hab ich kein Geld für. Warte mal, ich muss das mir einmal durch den Kopf gelassen. Aber was willst du mit polnischem Gebiet? Das ist doch die Uni SSR. Nee, Gdansk, Maldaburg und so nicht. Das ist alles Ostpreußen. Das gehört mir. Ja, Ostpreußen, das ist ja. Aber der Rest ist Uzzur. Der Rest liebe ich nicht. Keine Angst, das haben wir besprochen. Aber ich muss mal einmal kurz gucken, wie viele Truppen Polen hat. Polen. 24.000. Na, ist ja nicht so viel, ne? Aber ich hab bisher immer richtig auf den Sack bekommen bei Kriegen gegen Polen. Ich hab ganz geil, wenn die Sachen mal gekort werden. Ja, sowas dauert immer ein bisschen. Ja, elf artige Rebellen erheben sich in Wladimir. Ja, der Klitschko, der macht das schon. Wenn der Zoo ist, muss ich halt das Armee-Ding jetzt noch immer hochstellen. Oh Mann. Achso, ich muss noch mal eben ganz kurz. Ähm. Denn meine Kolonie heißt ja nun Dänisch Simat. Finde ich jetzt ein bisschen bescheuert. Muss ich mal ganz kurz korrigieren. Britisch Sinat. Britisch Sinat. Englisch Guinea bist aber nicht du, ne? Na, ähm. Eine davon gehört mir. Aber nicht Englisch Guinea, nein, nein. Mir gehört hier, Karu gehört mir. Das andere Rot. Kann man so gut unterscheiden, ne? Bald hab ich alle Rebellen, äh, abgemurkst. Oh, Murks. Komm, jetzt kommen alle. Aber es ist gut, wenn die einmal da sind und dann weg sind, dann kommen die nicht wieder. Hab ich gehört. Was ist das hier überhaupt für ein Krieg? Er hält 400, aber du Karten! Hast du Goldfieber gekriegt? Oder war das was anderes? Ich muss die Inflation aber auch sinken. Sonst, nicht so gleich. Kannst du mal einmal kurz auf 2 gehen? Sonst müsste ich nämlich Pause machen, das will ich grad nicht. Böhmische Eroberung von Hund. Hund. Was ist denn das jetzt los hier? Verschwörung! 25 Drohnerwärterregimente erheben sich in Jurev. Ja, das ist ja wie eine Katastrophe jetzt. Ja, ist es ja auch. Möglicherweise liegt es daran, dass es eine ist. Ich glaube, dann wird da oben das wieder abgerissen, aber euch brauche ich mal kurz. Angeblich habe ich einen Anspruch auf die Steppen erhoben. Ich weiß aber nichts davon. Passiert manchmal. Kann ich wieder auf 3 machen? Nö. Muss auch einmal kurz pausieren, weil ich meine Kolonie fertig hab. Ich mach nochmal hier was. Okay. Okay. Perfekt. Ja, durch diese Krise. Das ist natürlich ärgerlich. Okay, jetzt verliere ich 489 Dukaten. Ja, man kann nicht immer gewinnen. Katastrophe, man könnte meinen, die gehen mir auf den Sack. Ja, hast du denn schon geguckt, was du machen musst, um die zu beenden? Das sollte man nämlich immer direkt machen. Rebellen muss ich unter 0 halten. Ja, dann bin ich ja fast. Ne, wahrscheinlich Unruhe musst du unter 0 halten. Nicht Rebellen generell. Also, oder? Anders kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen. Oh, Böhm hat den Krieg beendet. Nice. Und sie haben genau die Länder rein, die mich gelassen, die ich haben wollte. Revolten Risiko geringer als 1, weniger Rebellen am Ende als 1, weniger Rebellen kontrollieren in der Provinzen als 1 und Stabilität mehr als 1. Ja, gut. Das kriegst du ja wohl hin, oder? Also muss ich eigentlich nur Rebellen pläten. Was? Nein. Was? Nein. Könntest du übrigens auch Litauen angreifen, wenn du das möchtest, die sind jetzt ganz alleine. Ich hab gerade was anderes zu tun. Ja, gleich haben die den Verbündeten. Ich sag's dir nur. Weil mich interessiert Litauen nicht mehr, sonst würde ich die jetzt parallel angreifen, um ehrlich zu sein. Ich sag's dir nur.